So, Hallöchen, da sind wir wieder zu einem neuen Ründchen League of Legends auf der Fünfer-Map. Ich spiele heute als Sylvia auf der Botlane zusammen mit dem Yildi, dem KMG259, als Nunu, der mich natürlich supportet, so gut wie er kann, oder? Servus, natürlich, meine Macht. Ja, der Yordarek spielt im Jungle mit Nocturne, ich bin gespannt. Nocturne habe ich in letzter Zeit sehr selten im Spiel gesehen. Nishin spielt Kragas in der Mitte. Hallo. Tach. Der Tapken spielt mal wieder K6. Wir haben uns jetzt schon geeinigt mit dem Gegnerteam, wer wohin geht, dass wir uns nicht einig sind. Irgendwie so könnte ich mir vorstellen, dass Timo irgendwie supportet, der Alistair in den Jungle geht. Yasu in der Mitte. Ne, Evelyn wahrscheinlich eher in der Mitte, Yasu. Ja, ich bin total verwirrt. Ja, dann ist Yasu auf der Botlane als ADC, würde ich mal so behaupten. Aber der Timo und die Evelyn haben ganz schön gute Threads. Ich weiß nicht, man kann auch Evelyn als Support spielen, das geht auch noch zur Not, aber die wird wahrscheinlich eher in der Mitte sein. Oder Yasu ist in der Mitte und Evelyn auf der Botlane. Ich frage mich ja, wer auf der Toplane spielt, aber rein theoretisch kann jeder von den auf der Toplane spielen. Ja. Also rein theoretisch macht Evelyn auf der Botlane absolut null Sinn. Mensch. Ja, wenn du so gut spielst und mit den Büschen arbeitest, dann kann das nicht nervig sein. Du kommst dich an den gegnerischen ADC ran. Irgendwann schon, wenn du Stake aus Team nochmal zum hast. Okay, für Jura's Toplane. Ey komm, das ist leicht gegen sie, die kannst du total schnell wegbursten. Freu dich doch. Ja, wenn sie dich ultet, spring einfach mit ihr drauf in deinen Tower rein. Das ist so schnell, muss ich da erstmal hinkommen. Warte, kann ich ihre Ulti nicht dodgen, wenn ich die Fünschen bei mache? Nein. Ich glaube auch nicht. Warum hast du dir nicht kristalline Flasche geholt und dann drei Tränke, das wir nützlich haben? Was hat er denn gekauft? Ich fange irgendwie immer mit Longsport an, weil entweder... Ja, er will first, Patrick. Nein, nein, also entweder ich bin ein Brutalisierer oder ein Vampirisches Zepter am Anfang. Was auch gut ist, ist da ein Schild auf der Toplane mit Karstix. Nocturl, mach mal dein komisches in den Bodengraben, das finde ich so lustig. Ne, warte hier, was für kein anderes. Nein, 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 nein. Ach komm, hör auf. Machen wir das in den Bodengraben, das ist so... Ich mag das einfach so. Holger, hol das dir, der sagt... Das erinnert mich so an Blade Blade, weiß nicht, wie so. Jetzt hier, pass auf, dein Ding ist da. Hallo. Jetzt hast du eine Sekunde schon verloren. Kannst abbauen, kannst abbauen, kannst abbauen, kannst abbauen, kannst abbauen. Ja, siehst du, ich verliere hier meinen Traum. So sieht's aus. Danke. Ah, vielleicht kriege ich den erst mal. Ah ja, gucke. Ne, kriege ich nichts, kriege ich nichts, kriege ich nichts, kriege ich nichts. Ja, hab ich. Habe ich. Ah, er hat zum Nachbauen, das ist teore hier unten, aha. Aha. Hä, nein, nein, ey, guck mal, lol, habt ihr gesehen, was ist... Hä? Der hat sich irgendwie ins Gebüsch teleportiert. Hä? Ich bin nicht verwirrt. Ich stand da oben drin, geht auch weg und er kommt hier aus dem Gebüsch. Ja, er war vor dir da und war unsichtbar. Ey, genau, okay, stimmt, das kann natürlich sein, das habe ich ja. Also, ja, so. Okay, das war jetzt gerade irgendwie. Ja, so Mitte, okay. Ja, na, da. Die Fiora hat mich angelogen, ist so schwer. Ey, das Schild von dem ist ja mal. Hab ich mich schon voll auf Fiora eingestellt und dann kommt auch immer so ein Blut dazu. Oh, ist das doch Evelyn auf der Borderlands, hä? Was hab ich gesagt? Äh, ich komm jetzt gleich, ich komm, denken, von hinten, warte. Oh. Ich hab dich nicht zu trinken krank, trinken krank. Oh mein Gott, ich spür's. Ja, leck mich. Komm, ich finischt du. Na, hey, lo. Achso, der hat die Ignite und Dings drauf. Ja, gut, aber schön gemacht. Ich hab' nicht gesehen, dass du hochkommst. Ja, hab ich extra gesagt. Ja, hab ich nicht mitbekommen, so. Ja, die ist nicht tot. Schais' Quotterin. Ich, äh, kann ich dann die Lane ein bisschen pushen, damit er jetzt die Minden verliert? Ja, klar. Kein Problem. Kannst du ruhig, lass es nehmen. Ja, ruhig, klar. Boah, ich bin da jetzt nicht mit Lipps. Ja, dann krieg der jetzt den dann mit Lipps. Ja, das ist gut. Also, ich wusste, dass sie noch da ist. Hast du, nein, du hast, du hast, das, ja, klar, dass du es gut hast. Oh, Yild, die deine erste Aktion, oder? Nein. Obwohl Alistair Gangs, Alistair Gangs sind gar nicht gefährlich. Ich bin richtig. Sieh mal so schnell. Ach, Barry. Extrem gefährlich. Nein, geh weg. Was will ich denn? Timo, jetzt von mir, hau ab. Oh, hier kommt Alistair. Ah, war, gib hier, gib hier. Pass auf, renn weg, renn weg. Ja, die kommen hier beide. Schön. Komm, wenn du dran geblieben wirst, hättest du da... Hallo, Lola, Lola, Lola. Oh, Lola. Hast du eigentlich zu? Nein, ich war das... Aber ich dachte, du wusstest nicht, dass du mich meinst. Ja, wegen dem schon. Den anderen, den anderen Kha'Zix. Der andere. Na? Lola, Alter. Ja, jetzt weg, weg, weg. Der Alistair bringt dich um. Hallo. Lass dir nicht. Nein. Timo portet sich hoch und du verreckst gleich. Ich seh's schon kommen. Dann, ich war kein. Willkommen. Meister, weh, du stirbst da jetzt. Nö. Meister, war der Rütke Farbe nicht dabei. Hallo, keiner bringt mich um. Wo ist der Timo? Ja, der ist jetzt tot. Ach, hast du ihn getötet? Ja. Oh, hier, aber jetzt kommt der Alistair. Ja, liebe Alistair. Lol. Spring doch. Ja, hab ich ja. Irgendwie konnte ich meinen Job nicht machen. Keine Ahnung. Hä, ich bin gegen die Wand geflasht. Ist das denn? Ja, geht. Egal. Hauptsache, Kilo ist nicht gestorben. Ach, fuck. Ja, dann war's doch was. Ja, war's. War's ja auch. Na ja, ich komme jetzt Mitte. Ach, der hat den Wot. Aber ich find, ich find, dass der Timo einen Fehler gemacht hat. Der Timo hätte nicht wieder dahin gehen sollen. Der hätte den Backbotten sollen. Na, er hat, er hat gespastet. So, hab ich dir die gegeben, hm? Voll ein. So, ich komm nochmal Mitte. Oh, der hängt da im Busch rum. Hier im Oberen. Boah, schön, Leute. Das war ne geil Ulti. Boah, die China so jetzt mal im Ernst. Die war richtig gut. Sonst hätte der 4 nicht rausgekommen. Bis zu klein ist er da nichts gebracht. Ja. Lol. Warum hast du den Flash gewaistet? Ah. Geh mir nicht selbst mit Tragas. Hä? Ich wollt'n Kill haben. Ja. Er vorteil. Vor allem gegen so ne Lane, ey. Ja. Och man, mach doch mal irgendein Skill auf mich. Das ist voll die Scheiß-Lane hier. Wollt ihr mitlan? Hm. Äh, ich mach jetzt diese... Ich... Ja, ne, lass mal. Oh, Alter, was machst du denn? Da, ich fang jetzt... Oh, der tolle Ding. Jetzt ist der Film drin. Alter, warum hat das nicht geschildert? Niemand weiß das. Gildi, du musst dir aber auch Last Hits machen, wenn du dir dieses Item schon kaufst. Ja. 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 Jawohl. Oh, Achtung, da ist Alistair. Perfect, Alter. Der, wie hat die Timo die Suche gefehltet? Normalerweise warte ich mal auf die Großen, weißt? Ja. Die Großen. Großen. Da, wie hat der Timo die Suche gefehlt? Der ist gefehltet von einem gewissen Karthix. Er hat nur zu gefehlt. Ja, der hat schon einen Zauberstab. Und dann wo schießen wir auf. Hat der? Ja. Ähm, Mitte, äh, 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 und könnte ich vielleicht Bluboff haben, Denise? Ja, ich mach das jetzt vielleicht. Kannst du gucken, ob... Ja, egal. Ja, egal. Ja, er ist damit nicht in Wäden, da war grad eben noch Leid. Warte, ist nur 6. So, Hildi, ich mach mal deinen Job. Ich bin nicht gefiedelt. Hab nichts mehr, Mann. Ich hab doch gerade alles gebrotet, was ich hab. Hast du doch schon. So, ich geh jetzt zum Blume. So, mit, ich hab kein Ulti mehr, sonst würde ich Bot-Ganken kommen. Oh, jetzt haut Marco hier raus. Kommst du zum Blume? Ja. 84 Sekunden, dann kann mich das nicht mehr ganken. Ja, mein Red Buff, ich will den nicht... Ah, wahr? Was ist denn das gewesen, ey? Was hat mich da grad irgendwie gestunt, dass ich grad meinen Skill nicht benutzen konnte? Was ist wieder für eine Action, ey? So, ich komm nochmal, Top. Lass, lass mich reingehen. Oh, Hildi, jetzt hab ich's nicht gesehen, sorry. Ich war im Shop. Tut mir leid. Alistar ist hinter dir. Das hast du sicherlich schon gemerkt. Der schubst dich. Und die geben dir. Und du läufst und du läufst und du läufst und kommst raus. Und der macht den Ulti total für umsonst. Bewegt mich einfach gar nicht mehr. Ja, ich war als Hobby-Uniform, sonst wäre ich... Läuft die Mitte, was sagt? Ging ja so mit seinem Scheiß, äh, mit seiner Scheiß Windwand. Das ist eigentlich gut, 1-0. Ja, ist der Wind-Walker. Ja. Ja. Farben hab ich auch, 20 drüber. So passt alles. Nicht schien, dass du's hingeben, ne? Hatte so viel Farben. Wollte ich mir denn für gut sein? Die guten. Wo ist denn der Alistar eigentlich? Ich hab ihn auch nicht gesehen. Vielleicht mit mehr Kurschuhen oder was? Sonst komm ich jetzt gleich mit der... Die haben nicht jetzt so extrem viel Slower. Oder Zauberschuhe. Zauberschuhe. Ähm. Wenn wir den... Hm. Wollen wir den Tower-Diven? Ulti, dann kann ich mit der Ulti reinspringen. Alles klar. Ach, jetzt nicht mehr. Gildi, wo bist du? Ja, Moment. Ich hab keine Momente. Das Hansel... Ja, jetzt ist er weg, ne? Ach, nicht. Wenn du ihn holst, ist jetzt direkt... Dann spring ich an. Hier ist alles da. Hier ist alles da. Ich wär mich doch so herzlich der Mann, Alter. Auf die Pötte oder so'n Scheiß. Das ist schon, warum geht das auf Anrufen? Wurde es auf einmal dunkel. Noi, kein Mana. Ja, aber vor Gott sag ich das. BTF, mein Mana, nein. Was war das, Hildi? Alter, ich wollte meinen E drücken, Mann. Da hab ich meine Ulti für so'ne Scheiße. Darfst du den? Nein. Ey, das kann nicht sein hier auf der Botlane, ey. Das kann nicht sein, ey. Ja, ey, fahr mal auf die Pötte. Mann. Das ist genauso, wie wenn du sagst, hör mal auf zu sterben. Mh. Die penetrieren den Tower und sterben fast dann. Ist auch gut. So, jetzt muss ich aber mal Botbanken. Ja, solltest du mal. Wäre mal eine gute Idee, ne? Du wirst ja schon wieder so am Rumbuden, ne? Ja, 03, das ist schon schlechter. Hier an den Tower ist. Oh nein. Ja, du bist zu langsam, du bist einfach nur zu langsam. Ja, ich hatte... Ich musste halt top-baby-putten wegen dem Tino. Ja, im Kopf kommst du auch nicht mehr wirklich wegen den Pilzen oder so. Ja, nein. Da geh ich jetzt doch nicht mehr hin, denn du musst jetzt alleine schaffen. Da spieg ich einfach nur ganz passiv, so richtig. Bot SS1, aber keine Ahnung, evident ist ja immer unsicher. Wenn du holtest, zau mal eben nicht mal. Ja, den hab ich mir mal gefragt. Ja, passt schon. Ja, ey. Der counter dich. Das ist es. Einmal so ein Scherz, ich kann nichts mehr machen. Ja, da brauchst du nicht, ich weiß nicht warum, gewandt. Nein, nein, ich bin ja nicht angesprochen, ich bin ja ganz mal langgegangen. Ich war das ins Gebüsch gegangen oder so, keine Ahnung, aber war das nicht. Wollte man was zu wünschen? Also, ich bin nicht, ich bin nicht in die Minis durch den Pilz gelaufen und bin natürlich, ich bin gut natürlich getroffen vom Pilz. Und dann stand der Timo auf einmal neben dem Pilz. Und dann bin ich weggesprungen. Ich komm immer nicht auf die Bot-Land, klar, ja. Diese Teamkonstellation. Wenn ihr weniger Frust, dann... Oh ja. Also der Timo steht da und sicher. Ja komm, wir klauen. Ich hab leider keinen Might-Up. Stopp. Passt. Sorry für den Kill, aber meine passende. Ja, ja, ich hab doch mit aktuellen Problem. Wir können hier, komm, Drake. Marco, komm. Jawohl, Chef. Jawohl. Guck mal, wie schnell der weg geht. Da. Ich fülle mehr Red und dann... ...gebe ich... ...fragazie. Oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße, ich hab's. Nein! Oh je. Oh, fuck. Oh man. Scheiße, warum hab ich jetzt mein Neufeld? Lauf wenigstens einer weg. Splittet euch, splittet euch bitte. Dann steppt noch beide. Aber keiner stirbt. So geht's auch. Ich wollte gar nicht meine Ulti aktivieren, hab aber ausverwunden. Ne. Ne, jetzt sterbt ihr beide. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Scheiße, ey. Wie gefiedelt ihr sind. Jetzt schiebt's mir auch das Gefiedelt. Das war einfach nur blut. Das war einfach nur blut. War die ganze Aktion. Ich schmiede mein eigenes. Ja, ich hatte nicht gerechnet, dass die blöde Barriere hat. Ich hab ne Alistar nicht gesehen. Na ja, ich hab ne Alistar nicht gesehen. Naja, ich hatte ja keinen Buff. Ja, Su war grad nur hier unten. Hä? Was war das schon wieder für ein Bug? Der war grad hier unten, jetzt ist er oben. Aha, lustig. Ah, die haben unser Gott. Und ich flieg dann zum Flur. Den schnapp ich mir von Alistar zurück. Ich geb dir jetzt die. Okay. Der ist top, ja. Aber wir haben Drake gekriegt. Ja. Ja. Ich hab ne Wache. Danke. Oh Gott. Ich will meinen Red zurück haben vor dem Alistar. Der hat... Keine Ahnung. Der soll sterben. Jaaa, töttet ihn! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Evelyn, ich liebe dich. Alter, ich mach dir ja mal gar keinen Schaden. Oh, ich hab Angst, dass der Timo hier wieder uns... irgendwo unsiebbar steht. Da ist er. Ey! Ja, da ist er ja. Da ist er. Hat die nicht gerade eben die Ulti gemacht? Ehrliches? Spinniges? Ey, das ist... Wie kann der das überleben? Das ist... Oh, doch! Woll Gott sagen! Hehehe. Ey, ey. Ja, mach doch was! Wollt ihr nix machen! Warum schiebt der sich nicht? Jura ist echter... echter Fick. Ja, aber nur mit der Ulti, das war's schon. Ja, ihre E mit dem Mangospeed. Und die passive von der Wee. Ja, und der ganze Jam. Ja, genau. Jura's gay. Jetzt 0 CC. Ich seh' ich. Äh, er ist ja grad einfach schon. Er will, er macht da unten. Ja, der will halt schneller laufen. Wenn er die Dingsjus' die Ulti, dann läuft das dann auch schneller. Ja, drückt mir noch mehr, bitte. Nein, nein. Ey, krass, ey. Da kommt noch ne Fiora. Die ich eher fuchsen will. Alter, wir verlieren jeden Teamfighter. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, ihr habt die Fiora ja so gefeedert. 8-0. Ach, cool. Wow. Dann kriegt der Support jetzt den Dammelwag. Nein. Topf, er wird auch gefeedert. Ja, jetzt bleibt mal ruhig. 13-18, hier ist gar nichts gefeedert. Läuft doch alles noch. Der ADC braucht mal ein paar Kills. Nur eine Restriktion. Du hast ein Problem? Also, ich glaub, wenn ich jetzt, wenn der Timo mal nicht die ganze Zeit jetzt anhälte, könnte ich ihn sogar schlagen. Nur, ich hatte grad einen Fehler gemacht. Ich hab meine Kuh evolutioniert. Und dann bin ich im Pilz gelaufen. Und dann kam mir an, hat zwei Hits gemacht, war ich Half-Life und dachte, ich komm, scheiß drauf, gehst einfach nochmal rein, machst ein bisschen Damage. Aber, war klar, dass ich das nicht überleben würde. Aber, aber. Aber, wenn ich jetzt so ein 1-on-1 und wenn da keine Minions sind, also wenn dieser Kreis in mir rum ist, bin ich ja nicht locker kaputt machen. Also, wenn wir beide gleichzeitig stellen machen. Beide und glaube, dass ihr in die Linien schon schon viel発den können. Ja, die Mitte läuft ja gut, wenn nicht so. Den Sie. Den hollen Tower. Kennt mal ein Tower, der ist oben. Ah, 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 ah. Links kommt hoch Fiora. Was? Wo ist denn hier? Fiora kommt Mitte. Okay. Oh, nie. Ich bin auch auf Weg in der Mitte. Alter Schwede, ich flipp aus, ich flipp aus du Oh sie ist fest, okay Dann läuft er wieder zu dir So jetzt geh ich auch mal weg Sorry, 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 bitte weg Ja ich glaube ich komme Richtung Mitte Oh er ist da mit Ulti Kann mir jemand bei Drake helfen? Ja ich komme erstmal Mitte, du musst erstmal in Mitte treffen Weg da, weg da Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ja wieso springst du denn da hin? Ich weiß, ich hab das Ulti Nein Boah mein Gott, hat der schon wieder los? Ach ja, er hat bisher Imokon Ja, ja, nein Oh Nein, 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 nein Ja, ich springe mich an Ja, ich springe mich an Ich bin der Hundsohn Ich bin der Timo Ich bin der Timo Ich komm mal in Richtung Die geht mir voll auf den Sack ey, die alte Fjord 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 Ich muss hoffen Wildi macht keinen Scheiß Danke Ähm, kann man jemand mit dem Mittel treffen? Ich muss bot treffen Fjord Fjord Wow, ein Dragon Sind auch wieder alle AD außer der Timo Eveline spielt Adi? Ja, das ist gut. Ja, das spielen wir. Okay, das war schön gemacht von denen. Und ich habe das gemacht. Ja, das spielen wir. Okay, das war schön gemacht von denen. Und ich habe gefällt. Ich bin nicht über die Wand gekommen. Fiora ist erst, die kommt Mitte. Kommt ihr zum Drake? Kommt ihr zum Drake? Wenn ihr jetzt nicht sterbt... Ah, der Drake ist weg. Hier ist noch irgendwas. Oh, auf jeden Fall Fiora und Timo vor. Doch, pass auf Alice. Ja, okay, ist auch fies. Alice Dauer mit seiner Ruhe. Ja, gib's mir. Ich bin einfach gut. Schön. Die Fiora, guckst du dir an. Die ist gefiedert. Ja, ich kann euch untern Tower töten. Ja. Nee, jetzt wollen sie doch nicht mehr. Jetzt haben sie die Lust an euch verloren. Aber wenn Fiora weg ist, könnten wir es dann vielleicht versuchen. Auf dem Timo sofort einfach. Der Timo ist die Gefiedsitz. Weil ich bin... Da ist Yves, da ist Yves. Ich bin jetzt nicht unterliegen von mir. Oder so ein Scheiß. Oder so ein Scheiß. Ich bin gleich wieder da. So, wo sind die Pilze? Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Da war ein Pilz. Oh, da ist eine Evelyn. Oh, fuck, ohne Fiora. Wollen wir drauf? Nee, nee, nee. Alter Schwede! Alter Schwede! Was macht die mir? Ich darf keine Holte. Ich bin mal im Back. Ey, ich bleib jetzt ganz weit weg von Fiora, du. Ich hole die mir. Ich hole die mir. Hol dir nix. Okay, geil. Halt, ey. Wollt schocken wir die zu zweit? Ja, komm drauf. Oh, weia Leute. Ja, und niemand erwischt mit der Ulti. Oh, ich bring die noch raus. Die Fotze. Wie die Mati denn? So viel ist. Ja, du kannst Mati sich retten. So viel ist. Vielleicht bin ich wieder ein paar Wads. Ein paar Wads. Ein paar Wads. So ist sie wieder, wieder ready. Oh, guck mal wer denn ist. Da steht ein Evelyn. Einfach mal so. Nein. Kommt weg. Ich glaub's nicht. Jetzt wird die... Wollt. Wollen wir drauf? Wollen wir drauf? Ach, heute hättest du ihn auch so gekriegt, aber nein. Bitte? Hättest du ihn auch so gekriegt. Hätt ich das gewusst, hätte ich nicht sollte. Oh, Timo. Oh, warte, ist ein Timo Lola? Ja. Was war das? Oh, da sind noch ein paar mehr. Ja. Das hast du gut erkannt. Jetzt bitte weg. Nicht mehr zurücklaufen. Nicht mehr zurücklaufen. Ihr könnt ihn nicht retten. Oder ihr könnt was töten. Nee. 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 Ach, denn der Tower hält nicht mehr viel aus. Was war das? Ja, ey. Würdest du die Aufhebung sagen? Ja. Verbrennt sich die Situation. Hm. Was hat dein Problem? Ja, ich geh mal Top treffen. Ich mach's. Okay, dann geh ich bot. Habe ich jetzt den Weg verschwendet, aber naja. Boah. Boah, die sind Miner. Aber soviel zum Thema, äh, ich brauch mal Kills als ADC. Die, äh, die Ulti Nocturne auf Evelyn, das war unnötig. Ja, ich wusste ja nicht, dass du da noch... Ja, ich hab Ulti drauf, äh, lauf wie der Wind. Ähm. Halt, da auf der Ecke steht wieder ein Pilz, auch fast. Ja. Ja, überall auf der Ecke. Oh mein Gott. Oh, wen läuft denn der Timo? Irgendwie ein Boot dran stellen? Ich hab nämlich Schiss, dass die da dran sind. Der Pilz schon wieder. Jo, da, die haben grad Drake gemacht. Kann ich auch. Oh. Oh. Jawoll. Na, jetzt kommen gleich die Ulti. Fiora. Oh, ich komme jetzt auch gleich an die Ulti. Irgendwie wäre entspannend. Bleib drinne im Kampf. Bleib drinne. Ja, ja. Nocturne regelt jetzt, oder was? Nee, KZX stirbt. Nein! Oh, lol. Lol, du lebst. Ey, ist vor schon in der Mitte. Bitte, 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 bitte. Das war richtig geil gezockt. Das war richtig geil gezockt. Das Mitte. Abgezockt, ja. Boah. Das war richtig. Das war richtig gut. So, Timo ist wieder da. Timo ist in der Hauptstadt. Timo ist in der Hauptstadt. Nächsten Tower kriegt er auch noch. Boah. auch mich ja er wird ja noch nicht aber so schön gepusht breit ist er wieder da und den wir an den gerade gemacht werden an dieser möglichkeit gemacht Scheiße! Was sagt ich? So, ich will den Bot-Tower Oh oh Ich will sterben Scheiße Hey, die kommen aus dem Nichts, wie konnten die da schon so schnell wieder sein? Die wussten jetzt, ja, der geht da jetzt zum Tower Boah, war ich mit dir? Scheißegal Warte, warte! Nicht, warte mal! Sonst können wir den Timo gleich einmal fissen Wie sagst du dich abgedrückt? Ich weiß es nicht Oh mein Gott Wenn du es nicht weißt So, ist Alistar AFK? Nein AFK, du behörst mal nicht Wie gesagt, ich kann kein Trager spielen So, ich darf jetzt meine Ulti für Bot-Land-Flow Du stirbst doch Ja Hildi, was machst du da immer mit deiner Ulti? Wir haben mit der Ulti gemacht, oder was? Ja Du hast sie gerade wieder, bam, umsonst Ja Ja, die regt sich auch noch hoch wie die Sau, ne Habt ihr gesehen, wie der, äh, wie der Dings, wie der Yasuo gerade noch gegen mich überlebt hat? Ja Oh, Marco Ja Hä, hat die geflasht, oder was? Äh, Nunu, kannst du dir, äh... Ich geh dir denn nicht schon? Nunu? Wer spielt Nunu? Wie lang ist denn denn sein Schwert, ey? Wie lang ist sein Schwert? Lang. Ja, das ist halt ein ganz langer. Schön. Das Fass war zwar außerhalb der Reichweite, aber ich fand's auch so gut. Hotlane! Hotlane! Toplane ist okay. Ich gehe Toplane. Wieder was? Das war halt noch in-range. Ist auch noch gekommen. Ja, ja, hei ja. Ja, äh, ich hab mein Mikro geklappt gehabt. Ich dachte, ich hab... Weißt, wie scheiße läuft das? 3-12, ey, die Evelyn, ey. Eigentlich müssen, wenn die, den, ähm, ja... Als erstes die Fioran dann Timo auswog ist, weil alleine kann Yasuo auch nicht... Eigentlich müsste ich mal ein paar Kills geben. Ey, Yasuo zuerst. Fiora, die ist so schwer da anzukriegen. Aber ich find's lustig, wie lang der Mid-Tower sich hier hält bei uns. Pass auf, die spring dich an. Dann bist du ratzfatz tot. Äh, sag mal bitte, wenn Fiora oder irgendjemand Topkommt. Uhhh... Boah, die haben aber eine AD Evelyn. Das hab ich... Hab ich noch nie gesehen. Echt nicht? Kommt die, kommt die Fiora auf den Toplane? Ach... Die kommen jetzt alle tot. Äh, ich wüsste mich nicht so weit da rein. Ich wüsste mich nicht so weit da rein. Da sollte ich vielleicht mal bei Baron sein. Ich hab Ulti, also... Warum? Ich hab jetzt alles da involziert. Ich komm in die Mitte. Wir nehmen Back und kommen in die Aufmitte. Oh. Marco und Red. Marco und Red. Da ist Evelyn. Boah, Evelyn ist fast in der Tod. Eieieiei. Ich hab mir jetzt 20 selber gegehört. Krieg da nicht, hört sich lieber aus. Geh weg! Bist du? Magwart Boys. Ne. Doch! Oder doch? Ah, ich habe keinen Sinn. Hier kommt Blufel Gratheil. Blufel Gratheil. Da ist ein Pils, auch hier. Richtig, Richtig. Yay, Pils. Danke. Ja. Oh, wieviel Damage. Hilfe von Dino. Oh, da war's. Sie hat mir totgeweint. Mit deinem Weinfaster. Totgeweint. Ja. So, jetzt habe ich mir doch ein bisschen mal gerissen. Hier kommt Bot. Yildi ist tot. Yildi stirbt, ja. Nicht ihn. Ja, nicht ihn weg. Ich hol mal Bot. Nein. Nein. Oh, nein. Was ist das? Ich kann bitte ulten. Soll ich ulten? Soll ich ulten? Soll ich. Ich hab' alles gezündet. Der hat Sonny sich keinen Meter mehr bewegen. Alter, was hält der aus, ja? Tschüss. Oh, oh. Alter, fuck die, fuck die, fuck die. Komm, die kriegen wir nicht auf! Nein! Was ist das? Alter. Good job. Sehr nice. Bin ich gut weggelaufen. Ja. Bin ich doch gut weggelaufen. Ich bin stolz. Gut, ich busch top durch. Mit meinen 400 AD. Nein! Wie kommen die denn immer her, jedes Mal, ey? Wieso ist das hier nun so geworden? Hol' mal einen Tower oder so. Ich brauch' noch 400 Gold. Ja, top lane, ich mach' jetzt top lane durch. Jetzt greif doch rein bei den Turm an, Mensch! Ey! Schwester Farm, die kommen jetzt drauf. Ich weiß nicht, ich wollte doch den Turm angreifen, oder die Minions haben mich so, oh lol. Das ist ja auch schwer. Spring! Achso, hast du? Nein! Ich geh mal kurz Baron Warden. Also, die sind eindeutig und besser aufs Team, würd' ich sagen. Obwohl es 36, 37 steht. Aber wir haben mehr Tower geholt. Bisschen auf dem Fahren, gleich den Vorteil, also passt alles. Jaja. Ich flippe mit der Fiora hier halb aus, du. Oh, guck mal, da wurde gerade ein Wort gesetzt. Naja, ich glaub Sonja, es passt jetzt alles wieder. Ja, ähm, sie machen grad Baron. Sie sind auf jeden Fall da. Sie machen Baron? Mhm. Doch, machen die. Die machen Baron? Ja, die haben den... ...Wat. Ja, und Defner. Und Timo hat da wahrscheinlich alles schon gepilzt. Boah, gut. Boah. Pils für den Maul, go. Boah. Boah, dieser Kerl, go ey. Der hält aus, der hält aus, der hält aus. Komm hier jetzt, Baron. Äh, verteidige Bots. Oh, yo. Komm, Baron. Geh da hin. Danke. Ja, ich werd Baron nicht viel Damage stricken. Ich pushe einfach. Äh, ich noch viel weniger. Und Timo! Hilfe! Einer muss botlane. Ja. Äh, KMG, du tank. Ähm, Evelynn kommt zu euch. Geh dich mal an dem Hof mit der Kuh. Ähm, ähm. Nein! Leute, die botlane wird etwas in Richtung Nexus gepusht. Ja. Alter, was? Alter, was? Leute! Ich hab's doch gesagt! Er hat gefällt! Wie kannst du unterm Tor verlieren gehen? Nein, nein, ich hab's, ich hab's Solo-Life gehauen. Die hatte nur irgendwie noch 20 Leben, die hat ihre Ulti gemacht. Die war einzeln tot. Ja, wer hätt's erwartet? Ja! Wo, wo ist sie hin und her gesprungen? An dir. Sie ist um dich rum gesprungen. Ja, klar. Boah. Nee. Doch. Jetzt, wenn die ihre Ulti nicht hat, kann ich die auch locker machen. Du kannst immer alles, hab ich das Gefühl. Ja, guck doch mal meine Items an! Ja, du kannst immer alles und stirbst dann. Nice. Boah, geil, komm jetzt! Oh! Ah, schön, Timo! Ah, schön! Ah, schön! Geil gemacht! Fiora geht weg und wir müssen ihn jetzt am einen lane öffnen. So wie es Fiora das eben ganz schön demonstriert hat. Ja, wir müssen alle eigentlich bot lane jetzt, weil wir da kein Unmhidee drauf machen haben. Oh ja, Timo! Ja, holt euch den Timo, jetzt können wir uns immer einen nach n' andern snacken und dann sind sie... ... 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 Läuft doch. Jetzt gib ihr. Oh, das war nicht so gut. Komm, ich komm, ich komm. Hallo, Fiora. K6, geht ab. Alter, ihr gewinnt doch noch, aber nur wegen K6. Schön. So. Mitte durch und los, oder? Oh mein Gott, Pilze. Ja, die sind überall. Die raffen euch da ja hin bis zum Nexus. Das Geile ist, ich bin der Tank und die fokusten mich erst mal hoch. Ah, die Gefühle. Toplane ist auch jede Menge fahren. Ja, ich geh mal... Toplane, weil ich... beim nächsten Plitz durch. Versucht mal ein bisschen zu pushen, ich hau auf jeden Fall noch die Botlane durch. So, super. Du haust sie auf jeden Fall durch, ja. Ja. Ja, ist das so. Ja, ist halt. Back in, back, back, back. Oh, oh. Regenblick. Oh, die sind geil auf euch, ja. Oh, diese Marschrums, Mann. Schwums. Oh, überall, Alter. Das sind halt Schwums. Naja. Schwum, Schwum, Schwummeium. Wenn ich irrenweit will, könnte ich den auch. Boah, mein Gott! Boah! 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 Ja, ach nee, deswegen, ja. Das war nur eine Q. Und eine Q von mir. Meine Q war auch dabei, weißt du? Ja. Ja, stimmt. Aber meine, war eine Feuerwehr, also rasch, rasch ging das Leben auf einmal runter. Oh, warte, ich glaub ich komm mit'n TL. Ich mach 404, normal... Warte, soll ich mit'n Stunden... Ja komm, ich komm mit'n TL. Ich kauf mir mal'n Gornpanzer. Die haben soviel AD. Knüffeln die sich eher tot. Ja, aber sonst leb ich halt wieder zweimal im Teamfight. Hier, äh, unten, Fiora. Ja. Und Evelynn rennt auch unsichtbar die ganze Zeit rum. Ich bleib mal bei unserer Base, ne? Jo. Wir müssen jetzt einfach hier nur, äh... Also, Mitte deathen und botlanen. Sag, wenn ich in der Mitte ulten soll. Wenn der T-Mail zu nah kommt, ist er one-hit. Warte, sonst lass dich jetzt alle mitgehen, obwohl, ne, irrt war. Äh, Nunu, kannst du aber den Jungle durchboden? Warte, komm, Mann. Ne, der Mitte, Mitte, Mitte. Ich hab grad bisschen... Ich hab grad die Jungle... ...gewordet, aber die haben... Oh, okay, das war ein bisschen... Oh, ne, aber trotzdem... Schön gemacht. Ich komm mal auf. Der K6 kommt! Jo, fokuss mich! Go go, fokuss den Tank! Und ich krieg' keine Hilfe, ähm... Und ich würde ihm nicht auf den Weg gehen. Da, T-Mail. One-hit. Fokuss den Tank! Wo ist T-Mail? Da unten. Alter, wie schnell ich bin. Okay, komm, lass einfach durchpushen. Hm, zu schnell. Ich muss mich hochhellen. Äh, heh, heh. Boah, dieses Green. Dieses Green. Überall, die Scheiße. Nächste Pilzen, ich bin tot. Nein! 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 Jetzt dürfte der auch... ...den Mini-Bitor. Okay, lass weiter machen. Jetzt, was kann. Jura, boah, die sind... So, die sind... Noll! So, du kannst mir mal. Deiner Scheiße ulti, die haue ich auch noch runter. Ey, ich will mich hier gar nicht großartig bewegen, deshalb laufe ich einfach nur gerade aus. So. Elvin ist ja tot. Äh, du solltest dir eine, äh, Trinity Force statt den, äh, statt der Hydra holen. Das wird den Blutbürstern. Ja. Driforce rockt richtig auf Kasex. Warum eigentlich? Wegen der W? Ja, äh, wegen... ...dem Schaden von Schienen. Wegen dem Baum. Und wegen der... Boah, genau, warte mal. Ey, hier vom... vom Glanz... Oh, ja. Eigentlich hast du recht, ne? Paco, guck mal. Warte. Aber dann mach ich keine AOE-Damage mehr. Darf ich den... darf ich den haben? Ne, du brauchst ihn jetzt Kasex. Du springst, und machst, und tust, und... Du springst den Walgertest. Ja, ist so, ne? Und ich würd den Blutbürstern, äh, entweder für... Ne, die Hydra, entweder für Magieresistenz oder Rüstung verkaufen. Verkauf mal für'n Apfel und'n Ei. Ja. Ich hab 300 Amor, also. Oder wie gesagt, für das... für das Trinity Force. So, wo sind noch Pilze? Sonst hätt ich gesagt, vielleicht für den Schlund von Malmoryus. Es gibt immerhin noch 40 Magieresistenz für E-Dien-Tiro. Und 60 Angelschaden. Ja, Bates of Doom. Komm. Was soll ich mir jetzt kaufen? Statt der Hydra. Yeah. Ich hab sie noch gekriegt. Ah, das war zu early, die hat sie nicht erwischt. Ja, ich dachte, ich wär'n schnell tot gewesen. Hier, hier. Ein Pilz. Oh, okay. Da ist ein Pilz. Nice. Achtung. Achtung. Achtung, den könnt ihr nicht kriegen, den könnt ihr nicht kriegen. Den könnt ihr nicht kriegen. Komm ich aber... Äh, nicht schön. Ja, ja? Ja, ja. Alles gut. Nix gut. Nix gut, nix gut, nix gut. Nix. Alles gut. Nix gut. Und, das war's. Drake, brain. Jo, mach echt keine Fangen. Lol! Okay, warte. Nix, mach ich noch nicht. Er landieren mit Bereichen. Oder? Macht er nicht. Macht er nichts, macht er nichts. Komm ne B! Jawoll! Ja, ja, Drake macht er auch noch. Danach macht er noch Baron Solo. Ja, Baron, dann müssen wir auch mal wieder nach. Unstoppable Ja, ich hab die Buff, geil Oh, guck mal, ey, guck mal ein Base an von den Gegnern Nein Erster Tower kaputt, geil Ja, ich hab hier kleine Boots mehr Man, wie die Evelynn abgeht, bam 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 Ähm, was soll ich mir jetzt für die Hydra kaufen? Ach, du bist auch endlich Vollbild Ja, ich hab schon meine Boots verkauft Jungs, Fragezeichen, was soll ich mir jetzt für die Hydra kaufen? Ja, cool, ey Trinkt die Force Ne, ich würd sagen, eher irgendwas Defensives Weil, man macht so ein Merz nicht Nein, verkauft das schwarze Beil Das schwarze Beil Und jetzt, äh Finity Force oder Dornpanzer Finity Force Finity Ey, eine Frage, was kauft die Fiora da eigentlich? Scheiße Scheiße Ich müsste die einklicken wollen Oh, die sind Pilze, ne Boah, ich steh jetzt positiv Ich stand die ganze Zeit negativ Und jetzt steh ich an die Positiv Glückwunsch, jetzt müsst ihr nur noch anfangen zu farmen Irgendwann Ich hab 200, ich hab 223 Farmen Ja Ich? Oh, Marco Geh doch auf Nein, er war ja, ja stimmt Aber er konnt nix machen, weil er geblendet war Ich muss doch auf beide gehen, ne Ich würd sagen, jetzt finischen wir einfach Ich hab genau richtig gehandelt, Meister Okay, komm, 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 komm Lauf zu mir, lauf zu mir, lauf zu mir Egal, lass finischen, lass finischen Geh mal back Tower, 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 tower Egal, klar Wartest du ihn noch? Oh, Lol Nein Warte, warte, wollen wir die Fyra, wollen wir die Fyra Lol Lohl, habt ihr es gesehen? Ich bin in der Luft weggekickt Komm, ich will auch noch Lass da den armen Mann in Ruhe Ich will die Kill, ich will die Kill Aber was soll man da stehen sagen Ah, nicht ohne mich beenden, wartet Okay Ja gut, GG, ne? Nein, nein! Nein, ich werde noch farben. Nein, ich werde noch farben. Wartet auf den Timo. Gut. B, E. Stoß mich. Nein! Oh, Evelynn. Oh, Evelynn. Haben wir noch schön gedreht? Hatte ihr Zweifel, dass wir mal verlieren? Nee. Überhaupt nicht. Dann haben wir das einfach nur gerockt. Ich bin am Schluss. Guck mal bitte einer nach, was du Stats ich hatte, dann kann ich das noch so schön sagen. Du hattest 11, 15, 24. Ah ja, guck, fast positiv. Also was soll das? Ich stand 0,6 oder so am Anfang. Also bitte. Du hast die meisten Assists und das zweitmeiste Gold, also... Also, was willst du denn? Ich war halt nicht ADC, ich war halt einfach nur der AD, weißt du? Also, haut da rein, bis zum nächsten Mal, tschüss!